Hallo und herzlich willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast für Deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mit Dir über die Sterne vom 29.03. bis 4.04.2021 sprechen. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Witter. Überhaupt haben wir in diesen Tagen eine besondere Dreierkonstellation, die im Grunde genommen die ganze Woche aktuell ist. Wir haben eine Sonne-Venus-Chiron-Konstellation. Das Besondere ist, am Sonntag, dem 28. haben wir den Vollmond im Waage bzw. im Witterzeichen, der Mond in der Waage, die Sonne im Witter, die Sonne mit Venus und Chiron vereint. Und die gesamte Woche wirkt diese Sonne-Venus-Chiron-Energie über und es ist eine wunderbare Gelegenheit, um immer mehr seine Herzenskraft zu entfalten. Sonne-Venus-Chiron, hier ist eine große Chance jetzt, dass Herzensthemen in die Heilung kommen. Eins, was Dir helfen kann, ist zu vergeben. Das wäre einfach, wenn Themen aus der Vergangenheit auftauchen, schneller in die Vergebung hineinkommen. Ja, weil Vergebung heilt Dein Herz. Es heilt die Beziehung zu den Menschen, dem Du eben vergibst. Aber es heilt zugleich auch Dein Herz. In der Vergebung liegt ein großer Segen. Für den, dem wir vergeben, aber auch für Dich selbst. In der Vergebung liegt ein großer Segen verborgen. Und je mehr Du Vergebung praktizierst, desto mehr erhöhst Du Dein Bewusstsein, desto mehr wird Dein Herz geheilt, beziehungsweise desto mehr öffnet sich Dein Herz. Und ein offenes Herz ist ein wunderbarer Segen für Dein Leben. Denn in Deinem Herzen liegt eine große Weisheit. Und je offener Dein Herz ist, desto mehr kannst Du von dieser Weisheit profitieren. Je mehr Dein Herz offen ist, oder je offener Dein Herz ist, desto leichter, desto schöner, desto wundervoller wird Dein Leben. Ein offenes Herz ist das Tor zum erhöhten Bewusstsein, ist das Tor zu einem Leben in Freude, in Fülle, in Glückseligkeit. Alle guten Dinge ziehst Du mit Leichtigkeit an, wenn Dein Herz offen ist. Ein geöffnetes Herz ist die Grundlage für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Deswegen solltest Du Dich so schnell wie möglich um die Heilung Deines Herzens bemühen, um die Heilung von Herzensthemen. Und was Du tun kannst, ist vergeben, aber was Du auch tun kannst, ist segnen. Segne alle Menschen, die Dir begegnen, egal ob sie Dir gefallen oder nicht, egal ob sie Dinge sagen oder tun, die Deinen Werten entsprechen oder nicht. Je mehr Du segnest, verändert sich Dein Bewusstsein, verändert sich Dein Leben. In einem permanenten Zustand des Segnens zu leben, würde Dein Leben unglaublich transformieren. Denn wenn Du segnest, öffnest Du Dein Herz. Wenn Du segnest, verbreitet sich immer mehr eine Herzensenergie, die vor allen Dingen Dein Leben transformiert, die Dein Energiefeld transformiert, die Deine Realität transformiert. Im permanenten Segnen zu leben, wird Dein Leben verwandeln wie nichts zuvor. Segnen heißt im Grunde, jedem das Beste zu wünschen. Ja, das ist eine vereinfachte Form, wie ich segnen definieren würde. Jedem das Beste zu wünschen. Alles, was Du aussendest, kehrt zu Dir zurück. Und wenn Du ständig in einer Aussendung des Besten lebst, ja, was wirst Du dann erleben? Im 3D-Bewusstsein werden wir das nicht erkennen. Warum soll ich die segnen, die mir nicht so gut tun? Ja, warum solltest Du das tun? Wenn Du es nicht tust, hast Du nur Schaden. Du hast nur Schaden dadurch. Denn Dir entgehen so viele guten Dinge. Wenn Du alles und jeden segnest, dann kommt so viel Segen zurück. Und je echter der Segen gesprochen wird, also je mehr das wirklich aus dem Herzen erfolgt, dieser Segenswunsch, desto größere Magie wird freigesetzt. Das ist der direkte Weg in das erhöhte Bewusstsein. In dieser Woche stehen Herzensthemen an. Ein anderes Thema des Herzens ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Dinge, die da sind. Dankbarkeit für die Dinge, die jetzt zu Dir finden. Dankbarkeit für Dein Leben. Dankbarkeit, dass Du bist, dass Du da bist. Ein permanenter Dankbarkeit zu leben. Das heißt nicht, dass Du für die negativen Dinge dankbar sein sollst. Es heißt, dass Du trotz negativer Dinge nicht aus der Dankbarkeit herausgehst. Das ist der Unterschied. Das ist das erhöhte Bewusstsein. Egal, was mir passiert, ich lebe in Dankbarkeit. Denn es ist so ein Segen, dieses Leben, was ich erfahre. Und je mehr Du in der Dankbarkeit schwingst, desto mehr ziehst Du Dinge an, für die Du in Folge noch mehr Dankbarkeit entfaltest. Dankbarkeit ist ein Magnet für wundervolle Dinge. Und je mehr Du in der Dankbarkeit lebst, ziehst Du immer mehr Dinge an, wo Du sagst, wow, klasse. Erst im Innen, dann im Außen. Der Spiegel lächelt nicht zuerst. Möchtest Du mehr Wunder erleben, dann erzeuge die Energie der Wunder in Dir. Geh in die Dankbarkeit und segne alles, was ist. So wirst Du immer mehr, weil Du in Dir diese Wunderenergie erzeugst, das dann auch im Außen gespiegelt bekommen. Wir haben Sonne, Venus, Chiron Energie in dieser Woche. Es ist die Weisheit des Herzens, der wir uns jetzt immer mehr aneignen dürfen. Chiron steht für eine unglaubliche Weisheit, für Heilung. Venus steht für das Herz, steht für die Wertschätzung, steht für Herzensqualitäten. Und Sonne steht für selbst, unser Selbst, unser wahres Selbst, Selbstbewusstsein, die Persönlichkeit. Das, was nach außen hin sich verwirklicht. Aber auch der Mittelpunkt unseres Seins. Und wenn alles zusammenkommt, große Chance, dass wir hinüber wechseln zu einem weisheitsvollen Leben. Zu einem Leben voller Herzensqualitäten. Voller Liebe, voller Freude, voller Glückseligkeit. Und egal, ob draußen die Sonne scheint oder es regnet, wir eignen uns diesen wundervollen Bewusstseinszustand immer wieder an. Es gibt Momente, wo du dich vielleicht reinziehen lässt von Herausforderungen, die da draußen stattfinden. Aber du wachst so bald wie möglich auf und richtest dich wieder aus. Und je mehr du das übst, musst du staunen, dass es mit der Zeit dir immer leichter fällt. Denn je mehr du das übst, prägst du neue Verhaltensweisen, neue Gewohnheiten, neue Programme ein, die dann aus dem Unterbewusstsein dich beeinflussen. Und so wird es dir immer leichter fallen, dich positiv auszurichten. Wird es dir immer leichter fallen, zu segnen. Wird es dir immer leichter fallen, in der Dankbarkeit zu leben. In der neuen Woche haben wir dann auch zum Ende der Woche hin Sonne-Mars-Aspekte. Mars, der jetzt auch mit dem Mondknoten im Zusammenhang steht, mit dem aufsteigenden Mondknoten eine Einheit bildet. In dieser Woche werden sich neue Chancen und Gelegenheiten ergeben, die du ergreifen darfst. Jetzt ist es wichtig, aktiv zu werden. Jetzt ist es wichtig, Ideen umzusetzen, tatkräftig zu sein. Denn wenn die Sonne mit der Mondknotenachse in Berührung kommt, dann hat es auch oft was Schicksalshaftes. Aber hier ist es wichtig, dass du das Schicksal gestaltest, durch deine Gedanken und durch deine Entscheidungen. nicht warten. Das ist das Ungünstigste, was du in diesen Zeiten machen kannst, weil so viele Chancen werden jetzt aufploppen. So viele Chancen werden jetzt in deiner Realität erscheinen. So viele Chancen und Möglichkeiten werden jetzt in dein Leben hineintreten. Wag etwas, probiere es aus, sei guter Dinge, vergiss die Vergangenheit im Sinne, dass du einfach vergisst die Misserfolge oder was da war, sondern du weißt in jedem Augenblick, das Glück ist eine Entscheidung und ich entscheide mich jetzt dafür, ich entscheide mich jetzt für Erfolg und wenn die Dinge gelingen, wunderbar. Wenn die Dinge etwas anders kommen, auch wunderbar. Ich mache einfach weiter und immer wieder weiter, denn entweder gewinne ich oder ich lerne und auch das Lernen ist ein Gewinnen, das ist das eigentliche Gewinnen, denn im Grunde geht es immer mehr um das Lernen, um das Entfalten. Das ist der Sinn des Lebens, dass wir immer mehr uns entfalten, immer mehr unsere schöpferische Kraft erkennen, immer mehr unsere wahre Power erkennen, aber dass wir auch immer mehr erkennen, dass das Universum uns unterstützt, dass Gott dich unterstützt, dass Gott dich liebt und immer mehr diese Kraft des Universums und die Unterstützung Gottes uns dafür zu öffnen und das gemeinsam wir mit dem Universum wundervoll unser Leben kreieren, mit unserem wahren Selbst das Leben zu kreieren, was du dir wünschst. Wir haben in der neuen Woche auch einen zunehmenden Sonne-Jupiter-Einfluss. Es sind unglaubliche Chancen des Erfolges da und an die möchte ich dich jetzt erinnern. Erfolge warten auf dich. Sie können aber nur kommen, wenn du dich positiv ausrichtest. Vor allen Dingen werden sie mega sich vermehren, wenn du deine Herzensqualitäten verbesserst, wenn du immer mehr dein Herz öffnest, weil da wirst du die anziehen, die Gelegenheiten. Du wirst die so stark in dein Leben hineinziehen. Und wichtig, handeln, ausprobieren, loslegen, kreativ sein, die Möglichkeiten nutzen, die da sind. Und entfalte deine kreativen Fähigkeiten. Auch dieser Aspekt abschließend mit Sonne, Venus, Chiron ist gegeben, dass du deine kreativen Möglichkeiten entfaltest jetzt. In dir liegen so große Schätze. Ein wahrlicher innerer Reichtum ist vorhanden bei dir. Ein großer innerer Reichtum. Probier ihn aus. Probier Dinge aus, wo du sagst, wow, das würde ich jetzt gerne mal machen. Ich habe jetzt zu zeichnen angefangen. Ich habe auch zu schreiben angefangen. Und es gibt keinen Tag, wo ich diesbezüglich diese Sachen nicht tue. Jeden Tag ein bisschen. Mal mehr, mal weniger. Aber jeden Tag etwas dafür tun. Und so entfalten sich die Dinge. Und so ziehst du auch Dinge an, die dir helfen werden, dass du diese Dinge immer besser entfalten kannst. Gerade jetzt, wo wir das Internet zur Verfügung haben. Ja, Zeit und Raum wird überwunden. Das ist eine 5D-Technologie. Du hast mit einmal Zugriff auf das gesamte Wissen dieser Welt. So viele Dinge ziehe ich jetzt an, die mir noch mehr helfen, zu zeichnen, zu schreiben, etc. pp. Das ist alles vorhanden. Und je mehr du dich positiv ausrichtest, dein Herz öffnest, deine kreativen Möglichkeiten erkennst und auch nutzt, du wirst staunen, was passieren wird. Dein Leben wird sich immer mehr verändern. Dein Leben wird immer schöner, immer besser, immer leichter. Klar kann es herausfordernde Momente geben, aber du lässt dich nicht mehr von denen so beeindrucken. Weil du gelernt hast, dich mehr auf das Positive auszurichten, fällt es dir leichter, viel schneller aus diesen Situationen herauszugehen und wieder hinein in das Leben voller Wunder. Denn das Leben ist ein Wunschkonzert. Und du lernst gerade es immer mehr zu dirigieren, sodass es immer mehr das spielt, was du hören willst. Wenn du noch tiefer eintauchen willst, folge mir auf Telegram, denn dort gibt es täglich Cosmic Energy, wo ich jeden Tag über die Sternkonstellation und über die Chancen spreche. In Botschaften von zwei, drei, vier, fünf Minuten erinnere ich dich an die wunderbaren Gelegenheiten und Möglichkeiten, die das Universum uns heute bietet. Folge mir gerne auch auf Instagram, denn dort gebe ich täglich meine besten Affirmationen preis, beziehungsweise spreche ich immer wieder auch jeden Tag über die geistigen Gesetze. über die geistigen Gesetze des Manifestierens. Und schau gerne auf meine Webseite robbyaltwein.com Dort findest du eine Meditation zur Verbindung mit deinem wahren Selbst. Hol dir sie, sie ist kostenfrei, kostenfreier Download und arbeite mal mit dieser Meditation einige Wochen und du wirst spüren, wie sehr schnell dein Leben sich verändern kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, hinterlasse einen Kommentar. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Ich danke dir für dein Vertrauen und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut, alles Liebe und bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020